Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Heute sprechen wir über die Alokasia. Eine kleine Zicke unter den Zimmerpflanzen, weil man vieles verkehrt machen kann. Fangen wir einfach erst mal mit der Herkunft und der entsprechenden Versorgung an. Auch die Alokasia ist wie die Monstra, die wir im vorigen Film besprochen haben. Eine Pflanze tropischen Ursprungs. Wir sehen, die Pflanze bildet kaum einen Stamm, ist also immer von irgendwelchen Baumriesen schattiert. Daraus leiten wir für die Haltung in der Gefangenschaft, um es artgerecht zu machen. Helle Standortbedingungen ab, gern mit etwas Morgen oder mit der späten Nachmittagssonne. Mittagssonne ist auf jeden Fall zu vermeiden. Die Alokasia, die hat vom Substrat her keine Erde. Ja, um es erst mal gleich klarzustellen, wird genau die Pflanze, wie auch einige andere Pflanzen, auf eine Torfmischung gesetzt. Dazu nutzen wir Torf und unser Granulat, unser mineralisches Granulat, was die Wasser- und Nährstoffspeicherkapazität des Bodens um einiges erhöht. Die Pflanze somit pflegeleichter macht. Ja, also beim Umtopfen von der Alokasia unbedingt drauf achten, keine klassische Blumenerde verwenden. Das haut vom pH-Wert einfach nicht hin. Da wird euch die Pflanze einfach verhungern. Ja, ansonsten ist bei der Alokasia eben drauf zu achten, dass sie eine sehr, sehr hohe Luftfeuchtigkeit bekommt. Ja, all dieweil sie sonst ganz, ganz schnell mit Spinnmilben zu tun hat. Und ein Aspekt bei der Alokasia ist auch noch, die schwitzt manchmal so ein bisschen. Das heißt, sie bildet Tröpfchen an den Blattspitzen. Das heißt, wenn man Parkettboden oder kostbaren Dielenboden hat, muss man einfach schauen, dass man den Boden vor den herabfallenden Tropfen schützt, um da keinen Schaden anzurichten. Ja, mehr fällt mir zur Alokasia jetzt auf den Plautz nicht ein. Deshalb machen wir jetzt mal Schluss. Liked uns, guckt uns an und irgendwas war da noch? Abonniert den Kanal, schaut mal im Shop vorbei. Ja, guckt uns an! Ja, guckt uns an! Ja, guckt uns an! Vielen Dank.